Hallo, schön, dass Du da bist und Dir einen Moment Zeit nimmst für Dich und Deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und ich habe heute eine kraftvolle kurze Atemübung für Dich, die Dir in Deinem Alltag dabei hilft, Stress loszulassen und viel mehr in die Gelassenheit zu kommen. Deine Atmung ist unglaublich wertvoll und ein so großartiges Tool, was Du von Anfang an in Deinem Leben mit dabei hast. Wie ein goldener Faden begleitet Deine Atmung Dich durch Dein Leben und hat die Kraft, alles für Dich zu regulieren. Deine Atmung kann Dich beruhigen, sie kann Dich beleben, sie kann Dir beim Loslassen helfen, sie kann Dir beim Annehmen helfen. Und weil sie so wichtig und so wertvoll ist und Dich in Deiner Eigenverantwortung und in Deiner Eigenmacht stärkt und dass genau das ist, was diese Welt gerade so dringend braucht, habe ich einen ganz kleinen, aber feinen Audiokurs für Dich gemacht, in dem ich Dich wieder ganz kraftvoll an Deine Atmung erinnere. Du findest dort wertvolle, exklusive Meditationen, Affirmationen und Visualisierungen, die es nur dort gibt. Den Link findest Du unter dieser Meditation und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn wir uns dort hören. Lass uns jetzt direkt in die kraftvolle Atemübungen einsteigen. Such Dir eine Position im Sitzen, die sich jetzt so richtig gut, sicher, kraftvoll und stabil anfühlt. Das darf eine ganz aufrechte Sitzposition sein, in der Du Dich gerade so richtig gut fühlst. Nimm direkt einen ganz tiefen Atemzug ein und bei der Ausatmung schließe Deine Augen. Komm für einen Augenblick lang hier in Dir an und nimm ein paar tiefe Atemzüge in Deiner Intensität, wie es sich jetzt so richtig gut und genussvoll anfühlt. Dann lass Deine Atmung ganz natürlich sich einpendeln und lass sie fließen. Spür mal, wie es Dir direkt jetzt geht, wenn Du Deinen Fokus auf Deine Atmung lenkst. Du verbindest Dich ganz automatisch mit Dir. Du richtest Dein Bewusstsein, Deine Aufmerksamkeit und Dein Fokus auf Dich selbst, auf Dein Inneres. Und das ist unglaublich wichtig und wertvoll. Und jetzt beginne ganz liebevoll, aber kräftig ein- und auszuatmen. Atme tief ein- und wieder aus. Stell Dir nun vor, wie Du kraftvolles Licht einatmest und lass Dich überraschen, welche Farbe sich zeigt. Du darfst darauf vertrauen, dass es genau richtig ist, wie Du es jetzt gerade wahrnimmst. Atme dieses Licht ganz kraftvoll ein und schau hin, wie es sich in Deinem ganzen Körper verteilt. Und atme wieder aus. Atme dieses Licht noch einmal tief ein und schau, wie es sich um all das legt, was Du jetzt nicht mehr brauchst. Und atme wieder kraftvoll aus. Das Licht nimmt alles mit. Alle Anspannung aus Deinem Körper. Alle Gedanken, Sorgen und Ängste. Alles, was Du jetzt nicht mehr brauchst. Atme dieses Licht kraftvoll tief ein und spür, wie es bei der Ausatmung leichter wird. Ruhiger wird. Wie Du Dich augenblicklich mehr entspannst. Lass Dich überraschen, in welche Körperregion dieses Licht jetzt bei der nächsten Einatmung hinströmt. Atme tief ein, schau, wie das Licht in diese Region Deines Körpers strömt. Dort all die Anspannung und alles mitnimmt, was Du nicht mehr brauchst und es mit der Ausatmung gehen lässt. Atme tief ein, lass Dich wieder überraschen, wo das Licht hinströmt und spür, wie es mit der Ausatmung ruhiger und entspannter wird. Wir verbinden Deine Atmung jetzt mit kraftvollen Affirmationen. Es sind einzelne Worte, die Du einatmest und wieder ausatmest. Lausche meinen Worten und sprich sie innerlich für Dich bei der Einatmung und bei der Ausatmung mit. Die ersten zwei Worte sind Gelassenheit und Anspannung. Atme tief Gelassenheit ein und lass mit der Ausatmung all die Anspannung los. Atme tief Gelassenheit ein und lass all die Anspannung mit der Ausatmung los. Nutze zwei, drei Atemzüge in Deinem Tempo und sprich die Worte für Dich mit. Atme tief Gelassenheit ein und lass Dich mit der Ausatmung. Die nächsten zwei Worte sind Ruhe für die Einatmung und Gedanken und Sorgen für die Ausatmung. Atme die Ruhe tief ein und bei der Ausatmung lässt Du all die Sorgen und Gedanken los. Atme tief die Ruhe ein und bei der Ausatmung lass die Gedanken und Sorgen los. Nimm noch zwei, drei Atemzüge in Deinem Tempo und sprich innerlich die Worte dabei. Die letzten beiden kraftvollen Worte sind Liebe für die Einatmung. Atme tief die Liebe ein und lass all die Angst mit der Ausatmung aus Deinem Körper gehen. Atme auch hier noch zwei, drei Atemzüge in Deinem Tempo. Atme Liebe ein und lass all die Angst aus Deinem Körper gehen. Nutze auch hier noch zwei, drei Atemzüge in Deinem Tempo. Nimm noch einmal. Einen ganz tiefen Atemzug ein und wieder aus und spür mal nach, wie du dich jetzt fühlst. Mach dir bewusst, wie wertvoll deine Atmung ist und öffne deine Augen. Ich freue mich von Herzen, wenn wir uns in meinem Audiokurs Atme dich frei hören und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!